Na alle zusammen, mich hier ist wieder Horchela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Gassi gehen und für diesen müssen wir Jäger Altimor im Schloss Nathria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir Margor, Bargast und Hectis in die Ecken des Hundezwingers geführt haben. Hört sich einfach an, ist es tatsächlich auch. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Man pullt ganz normal den Boss und ein Tank schnappt sich dann den ersten Hund und der andere den Boss. Wir haben den Boss einfach in der Mitte getankt und der zweite Tank, in dem Fall war ich das, hat sich einfach den ersten Hund geschnappt und hat angefangen ihn von einer Ecke in die andere zu ziehen. Also läuft einfach außen rum einmal. Beim ersten Hund ist das gar kein Problem, da muss man auch nichts beachten. Übrigens, vielleicht habt ihr diese kleine Kackwurst gesehen, wenn ihr in allen Ecken wart, also wenn der Hund in allen vier Ecken war, dann hinterlässt er so ein kleines Häufchen und ihr seht auch im Achievement Tracker an der Seite wird dann der dementsprechende Hund weiß. Beim zweiten Hund, den könnt ihr euch auch einfach schnappen und im Kreis laufen. Hier müsst ihr aber ein bisschen die Mechanik beachten, denn aus euch spawnt ja dieser eine Geist raus. Dementsprechend sollte man ein bisschen gucken, dass natürlich der Boss nicht in der Nähe ist. Wenn der Geist natürlich dann in den Boss reinfliegt, ist es ein bisschen kacke. Und ihr müsst beim Rumlaufen auch ein bisschen aufpassen, falls ihr eine Klasse seid, die wie ich jetzt hier am Cleven ist, dass ihr vielleicht nicht unbedingt dann diese Schemen raushaut, weil es ist auch nicht so gut, wenn die noch keine Stacks haben. So, die ersten beiden Hunde haben wir abgehakt, da ist easy. Beim dritten Hund müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und zwar, was ist bei diesem Hund der Fall? Er hat ja einen Buff auf sich drauf, wenn er gezogen wird, macht er eh Schaden. Wenn er jetzt hier wie so ein Verrückter lossprintet, dann haut er die ganze Zeit seiner eh Schaden raus und dementsprechend kriegt die Gruppe halt relativ gut auf den Sack. Also da müsst ihr halt ein bisschen schauen mit euren Heilern, mit dem Gruppenleben, wie schnell ihr ziehen könnt. Übrigens, das ist natürlich hier wesentlich beschleunigt. Also falls ihr euch jetzt fragt, ja, das ist beschleunigt und ich habe ihn nicht so schnell gezogen, sondern am Anfang ein bisschen langsamer und als ich gesehen habe, okay, die Gruppe ist safe, Heilern haben gesagt, sie haben da CDs laufen, habe ich ein Raw gezogen und habe ihn durchgesprintet. Sobald ihr übrigens die Häufchen in die Ecke gelegt habt, könnt ihr die jeweiligen Hunde, vielleicht außer den zweiten, in die Mitte ziehen und man kann ganz normal wegkliefen. Das ist es eigentlich. The Chiefment wird auch wunderbar weiß, wenn man die jeweiligen Hunde in die Ecke gezogen hat. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Dann verabschiede ich mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut doch beim nächsten Chiefment Guide wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.